Alles, was ich über Lisa Christ weiß, habe ich gegen meinen Willen erfahren. Noch ein Vollposten, den es nicht braucht. Von mir aus kann man die Göre auf den Mond schießen. Lisa Christ ist herrnamputiert. Das hätte man auch lustig machen können. Die Comedy-Talent-Show geht wieder los. Ab dieser Woche gibt es wieder neue Videos online. Und falls du auch noch einen Kommentar hast, schreib ihn hin. Ich lese ihn nicht.